Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf meinem Kanal Castle Incredible mit dem wunderbaren El Hikaru! Und zusammen gucken wir uns jetzt auch vulgarische Musik an. Genau, wen gucken wir uns an? Lidia, Simona, Desita haben zu dritt ein neues Lied rausgebracht. Zu Lidia und Desita haben wir schon beide Reacts gemacht. Ja genau, stimmt. Zu den hübschen Mädels. Und zu Simona habe ich erst vor ein paar Wochen Reaction gemacht, wo sie ein neues Lied rausgebracht hat. Da hatte sie nichts an in den Musikvideos. Eigentlich wäre das was für dich. Ja, also... Sie ist sehr jung. Ich bin gespannt was die zu dritt jetzt gemacht haben. Das Lied heißt... Semetrus? Semetrus? Bin gespannt. Fangen wir an. Ok, ich glaube das wird heftig. Das wird zu... Warte, auch sowas in der Richtung. Oh Lidia! Ja, kranke Augen. My Body Creator. 10. Boah. Krass, das Fingernägel. Ja. Das nenne ich mal Product Basement. Oh ne. Lidia und Desita haben blonde Haare. Ist ein bisschen schwer sie zu unterscheiden. Lidia. Boah, heftig. Das ist der Sita. Uh. Lidia. Mhm. Der hat eine schöne Stimme. Ja. Und Simona. Ja. hier. house. Ähm. sehr gut so einen klub anhören ich finde ihre augen einfach ich habe mich direkt weg aber bruder was macht der tipp das macht er was soll ich auch noch nie leben so in einem musikvideo ich zeige euch ganz ehrlich also zeigen die was sie haben das finde ich interessant das hier das ist sehr sexy das finde ich auch was denkst du wie alt sie sind die mittels fangen wir mit ihr an mit ihr mit der rothaariken das sieht schon relativ jung aus ich würde sagen 19 ich glaube sie ist sogar 19 ich glaube sie ist 19 oder gar ich glaube die anderen beiden bundinen sind 20 glaube ich ja wie ich auch klippen so 20 21 sie hat krallen nein die wird sie nicht provozieren oh damit habe ich es gar nicht geändert ich auch nicht wow jör holy shit haben die Die ist fucking kräftige Stimme. Ich will ihre Vocals jetzt halt. Krass. Die rasiert richtig. Richtig krass, oder? Heftig. Die sind alle heftig. Von der Vocals her. Die sind richtig. Alter. Sind alle dreimal zusammen? Die haben einiges echt gezeigt. Ja, wirklich. Die haben echt einiges drauf. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, falls ihr weitere Vorschläge habt. Immer her damit. Und wie gesagt. Tolles Lied. Tolle Mädels. Die haben es echt drauf. Das ist wirklich top. Und genau. Falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Falls ihr noch nicht unsere anderen bulgarischen Musikreaktions angeschafft habt. Guckt vorbei. Und schaut die an. Vergesst nicht zu like, abonnieren. Auch dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.